Hallöchen! Ich vlog jetzt erstmal kurz. Ich musste wirklich kurz gucken. Ich wollte gerade für meine Lese mal was abdrehen, aber dann fiel mir gerade ein, dass ich hier auch noch E-Books ausgelesen habe, die ich noch gar nicht abgedreht habe. Das ist natürlich blöd! Und ich meske in der reinen Folge das... Ah, da ist es richtig. Das ist schon mal gut. Dieser Monat ist lesetechnisch so gut. So verdammt gut. Aber gut, dann ist das Buch erstmal richtig und dann kommen die E-Books. Ja, der Tag heute war relativ entspannt bisher. Falls ihr euch wohl eine Muni spielt. Ja. Ich habe schon meine Runde gemacht und alles mögliche. Also nichts Spetakuläres passiert. Genau. Ich hoffe, dass heute meine Sendung noch so rechtlich ankommt, dass ich ihn abholen kann aus dem Vlog. Wenn nicht, muss ich es morgen machen. Dann habe ich es erst morgen. Eine Sache ist ja für Daniel noch zum Geburtstag, Schänzig mal. Wird es sein? Ich muss erst mal gucken, was plage ich wann, wohin? Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag oder Weihnachten? Ja. Aber ich glaube, das ist schon Geburtstag. Ja, das kommt noch an und dann halt die Sachen, die ich für mich bestellt habe. Ich hoffe, dass es bald ankommt. Also es soll heute ankommen. Aber bis 21 Uhr, das kann ja alles Mögliche sein. Schauen wir mal. Heute ist bei uns sonnig. Ich musste vorhin sogar Mütze und Handschuhe wieder ausziehen, weil es war warm. Der Schnee ist ja auch schon so gut wie der Decke schmolzen. Also gestern schon. Da kann man ja zugucken, wie er wegschmilzt. Ja, bis zum nächsten Schnee dann, würde ich sagen. Ja, genau. Ansonsten ist heute Abend wirklich Lese-Livestream. Live-Live. Da werde ich mit dabei sein. Und also nicht live dabei sein, sondern zugucken, logischerweise. Also schon live dabei sein, aber eben nicht, dass man mich sieht. So. Genau. Und werde dann da mitlesen. Und ansonsten werde ich gleich auch lesen und Videos drehen. Deswegen Schnipsel drehen und so weiter. Und ein paar andere Sachen noch drehen, weil ich habe schon lange keine anderen Videos mehr gemacht, außer Vlogs. Und das muss ich ändern. Nebenbei noch Lektorat machen. Das habe ich auch schon eben mal gemacht. Und deswegen ist das Video drehen dran. Ja. Dann ein bisschen Haushalt puscheln. Also eine Kleinigkeit neben dem Lesen. Was man eben so macht. Gut. Und jetzt drehe ich mal die nächsten Lese-Monatschnipsel ab. So. Ich habe gerade einen Entschluss gefasst. Wenn ich hier sitze und lese, meinen Zimt-Kaffee trinke. Oh, Zimt-Kaffee ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob Zimt-Kaffee nicht sogar noch leckerer ist als Pumpkin-Spice-Latte. Jedenfalls habe ich gerade überlegt, boah, ich muss immer noch Budget-Videos drehen und so weiter. Ich habe diesen, am Anfang muss man nicht geschafft, alles zu machen. Und bäh. Und Schreibtagbuch ist auch noch offen. Habe ich zwei Entschlüsse gefasst. Erstens, es wird keine Budget-Videos mehr geben. Schlagt mich nicht, wenn ich mir das gerne geguckt habe. Es ist mir einfach zu anstrengend. Es ist einfach zu viel. Es ist super aufwendig, von oben zu filmen und das alles mitzumachen und zu tun. Keine Ahnung was. Ich habe jetzt die ganze, ich bin ehrlich, ich habe die ganze Woche wieder, äh, die ganze Woche, den ganzen Woche bisher wieder mit Karte bezahlt, weil ich das noch nicht abgedreht habe und das ganze Bargeld noch hier rumdümpelt. Und das will ich nicht. Ich will es ja ordentlich machen. Und wenn ich es dann einfach abfilmen muss und vorher, das kriege ich nicht gebacken. Von daher wird es nicht mehr geben. Ich sage euch vielleicht noch ein paar Sparspiele, so jetzt in der Kamera, wenn, also im Vlog quasi, was ich mir geholt habe oder so was. Das mache ich auch noch sicherlich. Ich werde es für mich auch weitermachen, weil ich es interessant finde und gut finde, so Töpfe zu haben und sowas alles. Und so Sparspielzeug und Challenges und sowas finde ich super. Aber es bringt mir nix. Also es bringt mir nix. Aber es stresst mich halt, das so abzufüllen. Sorry dafür. Und ich werde diesen Monat jetzt kein Schreibtagebuch hochladen, weil, wie gesagt, der Monat ist fast um. Wir haben jetzt den 23. und es sind nur noch sieben Tage, also nur noch eine Woche, wenn man so will. Dann lässt der Monat um. Und wie gesagt, diesen Monat ist nicht alles wieder passiert. Am letzten dafür umso mehr. Aber ich würde es alles zusammenschneiden im nächsten Monat dann. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter. Kann ich dann den Rest noch abfilmen und einzelne Passagen, die zwischendrin sind, noch machen und tun. Da muss ich mal gucken, wie ich es am schlauesten mache. Aber, ähm, ja. Dass ich diesen Monat ein bisschen Luft habe und dass ich auch vor allem mehr, äh, wieder in Richtung Buchkanal komme. Die Vlogs bleiben. Keine Frage. Ähm, sie werden vielleicht auch ein bisschen buchlastiger, obwohl sie in der Zeit ziemlich buchlastig waren, finde ich. Ähm, das finde ich schön. Natürlich gibt es auch andere Sachen, aber es gibt vor allem Buch-Content hier. Und eben auch Buch-Videos und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen musste ich auch immer durch diese ganzen Budget-Sachen, weil es einmal die Woche jetzt war. Ähm, ich habe es ja schon aufgeteilt und ganz blittet, dass es dicht ineinander ist. Aber dadurch, ähm, sind andere Zwischen-Videos, wie dieses Triad-Chapter von, ähm, E-Book und so weiter, was ich auch längst abdrehen wollte, wo ich die ganzen Notizen hier habe, äh, ist einfach nur nicht passiert. Oder andere Sachen. Ich habe noch ganz viele segnierte Bücher-Videos, äh, die ich auch filmen möchte. Weil ich noch so viele segnierte Bücher habe, die ich euch zeigen möchte. Und, und, und. Das ist schon... Das bleibt alles auf der Strecke, weil ich dann denke, ich muss aber erst mal die Budget-Videos machen. Und deswegen habe ich beschlossen, nope. Bringt nix. Ist halt auch nicht wütig. Es kam ja immer wieder was dazwischen. Es gab mal Bullet-Journal, es gab mal irgendwas für Basteln, es gab immer mal irgendwelche Themen, die ich mal gesagt habe, könnte ich ja machen und hab dann eben kein Durchhaltervermögen. Ja, auch. Aber es ist halt aufwendiger. Und ich merke es halt nicht so aufwendig. Ich bin ein bequemer Mensch. Und, äh, mag es halt gerne bequem. Deswegen mache ich auch diese, ähm, Lesemonte, wenn es, wenn es klappt, wenn ich es schaffe, wenn ich nichts vergesse. Immer, wenn es soweit ist. Das muss ich gerade auch wieder einiges nachholen, ja. Aber dieses Zeitnahe ist mir lieber, als dann, ich muss mich jetzt hinsetzen und eine halbe Stunde Video drehen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. So hat man dann mal ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, ähm, weil meistens sind es ja Minuten, nicht nur Sekunden, äh, indem man sich da kurz den Moment Zeit nimmt und das in die Kamera sagt, dann ist gut. Wir haben gestern ein Video, äh, was heißt, geguckt, dann ist es angemacht und er hat auch rumgesappt. Aber da war so ein Video, einfach nur so ein, ähm, ein Erklärungsvideo war es auch nicht, ein Produktvideo, kann man sagen, von jemandem. Der hat halt einen Helm, einen Fahrradhelm und eine Tasche vorgestellt. Die beiden Produkte hat er gehabt und der ist, der hat fast eineinhalb Stunden dieses, ging dieses Video über einen Helm und eine Tasche. Oder ist auch immer hin und her geswitcht zwischen Helm und Tasche, Helm und Tasche. Und man sitzt ja da so, zwischendurch trinkt er dann mal wieder was und so, also das war irgendwie so total merkwürdig. Ja, das ist so, wie kann man denn eineinhalb Stunden über zwei Produkte reden? Eineinhalb Stunden, der guckt sich den das ganze Zeug an. Ja, das war komisch. Ja gut, wollte ich mal gesagt haben, dass ich wieder mal eine Entscheidung getroffen habe und das passt auch ganz gut, halt mit diesem Strategiezeug und sowas zusammen. Ihr wisst ja, ich beschäftige mich gerade damit extrem mit diesem, ähm, ich habe ja diesen Kurstag gebucht und da geht es ja auch genau darum und man soll eben auch Themen haben. Das habe ich ja im Prinzip, da kommen ab und zu neue Themen dazu und ab und zu fallen andere Themen wieder weg. Ähm, also so. Nicht Themen, aber so Reihen. Videoreihen in dem Fall. Wie jetzt, ähm, sektierte Bücher oder Lesemonat ist auch so ein Thema, also so ein, so ein Reihen, weil man weiß, irgendwo kommt so Lesemonat online, zum Beispiel. Sowas halt. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Oh Gott. Habe ich das wirklich vergessen? Ich wollte eigentlich ein Video machen, also eine Leseliste für die Winterbücher. Winter- und Weihnachtsbücher. Habe ich das vergessen? Muss ich mal gucken. Wenn ich es vergessen haben sollte, kommt es auf jeden Fall noch. Ist ja November und, ähm, Dezember. So wie halt, war das September und Oktober oder was? Oktober und November. Ich glaube, Oktober und November, ne? Genau. Dann werde ich es auch noch abdrehen. Oder ich habe es, glaube ich, erst zu... Nee, das ist erst Anfang Dezember geplant oder Ende November geplant. Oh Gott, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Okay, das kommt noch. Puh, weil ich davon ja auch schon mehr was weggelesen habe von der Liste. Ähm, weil ich ja gerade so... Ja. Aber gut. Okay, wisst ihr jetzt noch Bescheid. Ich werde jetzt weiterlesen und nebenbei Lektorat machen und auf jeden Fall nebenbei auch ein paar Schnipsel weiterfilmen. Aber eben nicht mehr so, wie ich es die ganze Zeit im Kopf hatte und mich dafür gesträubt habe, ganz ehrlich. Und vor mir hergeschoben habe. Und so ist es gerade, als wäre ich so... Entscheidung ist gefallen. Alles ist gut. Kennt ihr das Gefühl bestimmt, oder? Und so geht es mir gerade. Ich trinke also jetzt mit meinem Zimtkaffee weiter. Lese weiter. Hüte der Worte. Ich bin auf Seite, lasst mich schauen, 222. Ja, und es ist gefühlt... Was ist das für ein dickes Buch? Das sieht gar nicht so dick aus. Das sieht überhaupt nicht so dick aus, oder? Also ich meine, ganz ehrlich, sieht das dick aus. Ich habe mir nicht nachgeguckt, wie viele Seiten das hat. Ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Es wäre schön, wenn ich es diese Woche noch auslesen würde. Wenn nicht, ist es kein Beinbruch. Genau. Aber es ist... Der Protagonist ist mir... Also es ist... Der Protagonist ist bei drei Handelsstrecken. Egal. Aber der, um den es hier eigentlich geht, der junge Autotum Schäfer, ist mir so kreuzunsympathisch. Oh mein Gott. Und behauptet, von anderen arrogant und herablassend zu sein, war gerade eben der Fall. Ich denke mir so, nee, du bist arrogant und herablassend. Typ, guck mal in den Spiegel. Oh Gott, ey. Nee. Oder fast in meine eigene Nase. Oder wie auch immer. Ja, das war so... Hä? Keine Ahnung. Der ist mir so unsympathisch. Ich meine, an sich ist die Story nicht schlecht. Keine Frage. Aber es ist halt auch sehr verworren, weil es eben diese drei Handelsstrecken hat. Und irgendwie... Die muss man erst mal verbinden miteinander und gucken, wo bin ich jetzt? Was mache ich hier eigentlich? Aber ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Total witzig. Ich folge einer auf Instagram aus Berlin, die jeden Tag, weiß ich nicht, wieder großen Spitzjäger gemacht hat und dann immer fotografiert. Und ich... War das heute? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist weg. Verdammt. Oh Gott. Moment. Ich habe es ja... Kleinen Augenblick kriegen wir hin. Weiß ich gleich wieder. Ja. Vor sechs Minuten hat sie das gepostet. Also zumindest die Sachen. Das hättest du ja vorhin bei Daniel um die Ecke. Hast du... Hä? Also auf seinem Arbeitsplatz natürlich. Hast du so was? Guck mal. Ah, hier mal bitte um die Ecke. Oh, wie lustig ist das bitte. Ja. Finde ich irgendwie kurios. Und jetzt wurde ich in Gesamt-Berlin unterwegs. Die ist mal hier in der Gegend. Dann, wie gesagt, bei Daniel um die Ecke. Dann wieder ganz woanders. Also das ist total merkwürdig. Und dann immer so eine riesen Spaziergänge. Da ist meiner, den ich ja täglich mache, ein Klacks. Also das ist sowieso ein Klacks. Der wird irgendwann größer werden. Ich erweitere ja die Runden wunderbar. Und freue mich über jede Runden-Erweiterung von den vier Runden, die ich habe. Vier verschiedene. Jo. Aber weiß ich nicht. So lange laufen. Da bin mir meine Zeit auch irgendwie zu schade. Keine Ahnung. Ah. So. Da habe ich gerade geguckt. Jetzt wird die weiter gelesen. Ich wollte gerade nur noch eine Story-Wings gucken. Zwischendurch muss man immer ab und zu eine Story-Gucken von irgendwem, das gerade angezeigt wird. Jo. Ich bin gerade dabei, das Thumbnail für den heutigen Vlog zu erstellen. Beziehungsweise bin ich gerade damit fertig. Aber wie gruselig ist das denn? Das sieht aus, als wenn ich mich gegenseitig angucken würde. So mit Augen verdrehen und so. Okay. Auch nicht schlecht. Musik 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 Die Musik